Glaubt man der katholischen und der evangelischen Kirche, so ist die Bibel, das Alte wie das Neue Testament, Gottes Wort, da Gott der Urheber dieser Schriften sei. Doch ist das so? Ist die Bibel tatsächlich das wahre Wort Gottes, wie die Kirchen behaupten? Dann wären auch die Aufrufe zu Völkermord und Krieg, das massenhafte Schlachten der Tiere und vieles mehr, denn das alles kann man in der Bibel auch nachlesen, Anweisungen direkt von Gott, dem liebenden Vater aller Menschen. Dann würde auch, zum Beispiel in den Briefen von Paulus, ausschließlich Gott selbst sprechen, etwa wenn es heißt, die Frau schweige in der Gemeinde. Werden wir da nicht so recht misstrauisch? Hier stimmt doch etwas nicht. Das kann doch nicht sein. Die Aufrufe zu Krieg und Gewalt zum Beispiel stehen eindeutig im Widerspruch zu den zehn Geboten, die Gott den Menschen durch Mose gegeben hat. Das fünfte Gebot heißt bekanntlich, du sollst nicht töten. Alleine aus diesem Widerspruch heraus stellt sich die Frage, ob die Bibel wirklich allein Gottes Wort enthält oder nicht auch ganz andere Inhalte hat, die nicht von Gott stammen. Oder ist Gott tatsächlich jemand, der sich ändert oder sich gar widerspricht? Das kann nun aber auch nicht stimmen, denn in der Bibel steht wörtlich, ich, der Herr, ändere mich nicht. Wir wollen diesem offensichtlichen Widerspruch einmal auf den Grund gehen und dazu als erstes die Frage stellen, wie ist die Bibel überhaupt entstanden? Wer hat die Texte geschrieben? Und nicht zuletzt möchten wir auch der Frage nachgehen, wer hat welche Texte ausgewählt und entschieden, was heute in der Bibel steht und was nicht? Wer die Endfassung der heutigen Bibel zusammengestellt hat, ist bekannt. Es war im vierten Jahrhundert der heute von der katholischen Kirche als Heiliger und Kirchenvater verehrte Schriftgelehrte Hieronymus. Er bekam vom damaligen Papst Damasus den Auftrag, alle vorhandenen Evangelientexte neu ins Lateinische zu übersetzen, zu ordnen und zu einer großen Schriftsammlung zusammenzustellen. Diese Sammlung wurde Vulgata genannt und sie gilt für die katholische Kirche bis heute als angeblich fehlerfreie und verbindliche Version der Bibel. Für die evangelische Kirche dienen die hebräischen beziehungsweise griechischen Originaltexte als Glaubensgrundlage und auch hier stammen die entsprechenden Handschriften aus dem vierten Jahrhundert. Hieronymus hat diese mehr oder weniger für die lateinische Vulgata verwendet. Berühmt und geradezu volkstümlich wurde der Vegetarier und Tierfreund Hieronymus wegen eines Löwen, dem er in der Wüste Chalkis in Syrien einen Dorn aus der Pfote entfernte. Der Löwe war Hieronymus sehr dankbar für seine Hilfe und ihm fortan Freund und Begleiter, so die Legende. Bei den lateinischen Texten erkannte Hieronymus schon bald verzweifelt, dass keine zwei Texte eine längere Übereinstimmung aufwiesen. Alle Texte wichen mehr oder weniger voneinander ab. Hieronymus machte Papst Damasus in einem Brief auf die vielen Widersprüche in den voneinander abweichenden Schriftvorlagen aufmerksam. Darin schrieb er Hieronymus tat sich sichtlich schwer, alle Widersprüche miteinander in Einklang zu bringen, ohne dabei gleichzeitig auch den Sinn des Textes zu verfälschen. Er schrieb Wird sich auch nur einer finden, der mich nicht, sobald er diesen Band, er meint die Bibel, in die Hand nimmt, lauthals einen Fälscher- und Religionsfrevlerschild, weil ich die Kühnheit besaß, einiges in den alten Büchern zuzufügen, abzuändern oder zu verbessern? Man muss zugeben, Hieronymus hatte tatsächlich keine einfache Aufgabe. Am liebsten hätte er, wie er schreibt, komplett auf die griechischen Originaltexte zurückgegriffen und danach all die Fehler verbessert, die durch, wie er bemerkte, unzuverlässige Übersetzer entstanden seien. Auch die, Zitat, Verschlimmbesserungen waghalsiger, aber inkompetenter Textkritiker, wie sie Hieronymus in seinem Brief an den Papst nennt, hätte er dadurch leicht ausmerzen und die, Zitat, Zusätze oder Änderungen unaufmerksamer Abschreiber ungeschehen machen können. Doch Teile der Texte durch ältere, ursprüngliche Texte zu ersetzen, getraute sich Hieronymus offensichtlich nicht, da sich die Römer, wie er auch schrieb, bereits durch regelmäßige Lesungen an einen bestimmten Text gewöhnt hätten. Deshalb habe er seine Feder im Zaum gehalten. Man schätzt, dass Hieronymus die Schriften trotzdem an über 3500 Stellen geändert hat. Doch eine andere Frage ist noch spannender als die der fehlerhaften lateinischen Übersetzungen, nämlich, wie viele Handschriften von Texten in der ursprünglich verfassten Sprache lagen Hieronymus überhaupt noch vor? Also in Griechisch bzw. beim Matthäusevangelium, eventuell auch in Hebräisch. Und mit welchen Inhalten? Denn auch hier gleicht ja, wie bekannt ist, keine Handschrift der anderen. Und auch diese ursprünglichen Berichte wurden ja erst Generationen nach Jesus aufgeschrieben und anschließend mehrfach auch inhaltlich überarbeitet. In der Theologie spricht man von Redaktoren. Heute würde man sagen Redakteure. Außerdem hatte Jesus ja überhaupt kein Griechisch gesprochen, sondern Aramäisch. In Anbetracht dieser Tatsachen stellt sich die Frage, ist es nicht völlig unglaubwürdig, ja geradezu an den Haaren herbeigezogen, den Gläubigen die ganze heutige Bibel als das wahre Wort Gottes zu präsentieren, wie es zum Beispiel im katholischen Katechismus zu lesen ist? Während doch Hieronymus bei der Abfassung der heute als fehlerfrei behaupteten Vulgata selber zugab, dass, wörtlich, nichts wahr ist, was voneinander abweicht? Und werden nicht auch die evangelischen Bibelleser grob in die Irre geführt, da auch bei den griechischen Texten keiner mit dem anderen übereinstimmt und es vor allem inhaltliche Widersprüche in Fülle gibt? Etwa, wenn Paulus an einer Stelle lehrt, dass der Glaube angeblich genüge, während Jesus lehrt, dass es auf das rechte Tun ankommt. Hören wir dazu einen Auszug aus der dogmatischen Lehrentscheidung des Ersten Vatikanischen Konzils 1869-70. Die Kirche hält sie, gemeint sind die Bibeltexte, für heilig und kanonisch, weil sie, auf Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche selbst übergeben worden sind. Einen Moment! Wer hat die Bibel geschrieben? War es denn nicht Hieronymus? Und war es nicht Paulus? Und waren es nicht die Priester, welche bekanntlich zu einem großen Teil die Bücher des Alten Testaments verfasst haben? Sie alle waren doch Menschen und nicht Gott, oder? Aber auch in ihrem Katechismus erklärt die katholische Kirche verbindlich, das Alte Testament bereitet das Neue vor, während dieses das Alte vollendet. Beide erhellen einander. Beides sind wahres Wort Gottes. Und auch die evangelische Kirche hat in ihren Bekenntnisschriften bis heute verbindlich festgelegt, sowohl das Alte als auch das Neue Testament sind einzig Richter, Regel und Richtschnur. Danach müssen alle Lehren erkannt und geurteilt werden, ob sie gut oder böse, recht oder unrecht sind. Interessant ist, dass bereits Hieronymus selbst diese Aussagen der Kirche Lügen straft. In Bezug auf die Legende, die Schriften des Alten Testaments seien von Gott inspiriert entstanden, schrieb er, er wisse nicht, wer sich, Zitat, die Lüge hat einfallen lassen. In diesem Zusammenhang betont er auch klar den Unterschied zwischen einem Propheten Gottes und einem Übersetzer. Wörtlich schrieb er, etwas anderes ist es nämlich, Prophet, etwas anderes Übersetzer zu sein. Beim Prophezeien sagt der Geist künftiges voraus. Beim Übersetzen kommt es auf gelehrtes Wissen und einen reichen Wortschatz an, ferner auf das Verständnis dessen, was übersetzt werden soll. Das war vor über 1600 Jahren. Was sagen nun heutige Autoren zu diesem Thema? Der bekannte und vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und Historiker Karl-Heinz Deschner schreibt dazu in seinem Buch Abermals kräht der Hahn, bis ins 18. Jahrhundert behauptete man, das Original des Markus-Evangeliums zu besitzen, und zwar sowohl in Venedig als auch in Prag und beide Originale in Latein, das kein Evangelist je gebraucht hat. In Wirklichkeit existiert kein Original, blieb weder ein neutestamentliches noch überhaupt ein biblisches Buch in seinem ursprünglichen Wortlaut erhalten. Doch liegen auch die ersten Abschriften nicht vor. Es gibt nur Abschriften von Abschriften von Abschriften. Der heutige Text des Neuen Testaments ist ein Mischtext, das heißt, er wurde aus den verschiedensten Überlieferungen zusammengestückelt. Der Text des Buches der Bücher, heute in mehr als 1100 Sprachen und Dialekten verbreitet, ist also heillos korrumpiert. Beschäftigen wir uns nun mit der nächsten Frage. Wie viele Evangelien gibt es eigentlich? Sie werden antworten, was für eine Frage, vier natürlich. Und viele von uns werden sich vielleicht an den Religionsunterricht erinnern und aufzählen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Auch wenn sie dies jetzt erstaunt, doch diese Antwort ist leider falsch. Denn neben den vier für die Bibel ausgewählten Evangelien gab es nämlich noch zahlreiche weitere Evangelien, die bei den ersten Christen vielfach in hohem Ansehen standen. So zum Beispiel ein Nazareer, Ebioniter, Thomas, Hebräer oder ein Ägypter-Evangelium. Auch existieren noch je ein Philippus, ein Petrus, ein Maria, ein Nikodemus und ein Bartholomeus-Evangelium und auch einige Kindheitsevangelien. Es gab auch das sogenannte Brot-Evangelium des Jakobus, eine Schrift, die ursprünglich in der gesamten Kirche sehr populär war, aber wie die anderen gerade aufgezählten Schriften später nicht in den Kanon der biblischen Schriften aufgenommen wurde. Weiterhin existierten Petrus, Johannes, Thomas und Paulus-Akten und diverse weitere Bücher, Briefe und Schriften. Nicht zu vergessen, das Evangelium des vollkommenen Lebens oder das Friedensevangelium der Essener, dessen Wurzeln ebenfalls in das Urchristentum zurückreichen. Doch alle diese Schriften und Texte wurden bzw. werden von der Kirche bis heute nicht als echt anerkannt und verworfen. Ja, sie wurden schon damals zum Teil vernichtet oder mussten auf Anweisung vernichtet werden. Und selbst die Urheber und Anhänger der Schriften wurden von der römischen Kirche Zitat in Ewigkeit unter dem unlösbaren Band des Kirchenbands verurteilt. Deshalb ist heute nur noch weniges erhalten und das oft nur noch als Fragment. Hier stellt sich zu Recht die Frage, ja, aber wie kann das sein? So viele komplette angebliche Verwerfungen einerseits und viermal angeblich Gottes reines Wort andererseits. Abgesehen davon, dass es innerhalb der vier anerkannten Evangelien selbst auch noch viele Unstimmigkeiten gibt, müsste man fragen, wer hat das so festgelegt? In Wirklichkeit sind nämlich alle Bücher Mischungen, die mehr oder weniger Richtiges oder auch Falsches enthalten. Die Entscheidung, was als richtig anerkannt wurde und was nicht, trafen die damaligen Kirchengelehrten, indem sie sagten, das wollen wir, das ist uns recht. Und das wollen wir nicht, das ist uns nicht recht. Hieronymus waren dabei vielfach die Hände gebunden, da Papst Damasus, wie erhaltene Briefe belegen, jede von ihm ins Lateinische übersetzte Zeile kontrollierte und ihn gerne auch auf Stellen hinwies, die er geändert haben wollte. Verfolgt man die Entstehungsgeschichte der Bibel weiter, dann erkennt man zudem, dass zu jeder Zeit bis heute neue, spätere Überarbeitungen auch immer neue Fehler produzierten. Doch was bringt es, wenn Details oder Schreibfehler verändert oder verbessert werden, wenn unter Umständen ganze Lehraussagen, ja sogar essentielle Wahrheiten unterschlagen wurden? Wären das nicht viel gravierendere Bibelfälschungen? Ein Beispiel. Von Hieronymus sind bis heute über 100 Briefe erhalten. Aus ihnen geht hervor, dass Hieronymus sehr wohl Kenntnis davon hatte, dass Jesus in der Regel kein Fleisch aß und dass er lehrte, auch die Tiere zu lieben und nicht zu töten, was auch andere urchristliche Schriften außerhalb der Bibel bezeugen. In einem Brief an Juvenian machte Hieronymus eine bemerkenswerte Aussage zu diesem Thema. Wörtlich schrieb er Der Genuss des Tierfleisches war bis zur Sintflut unbekannt. Aber seit der Sintflut hat man uns die Fasern und die stinkenden Säfte des Tierfleisches in den Mund gestopft. Jesus Christus, welcher erschien, als die Zeit erfüllt war, hat das Ende wieder mit dem Anfang verknüpft, sodass es uns jetzt nicht mehr erlaubt ist, Tierfleisch zu essen. Eine klare Aussage Trotzdem hat Hieronymus diesen bedeutenden, aber heute weitgehend unbekannten Aspekt der Lehre Jesu bei der Abfassung der Bibel nicht berücksichtigt und dort nirgends untergebracht, obwohl er es doch so deutlich in seinem Brief schrieb. Warum? Hat diese Aussage schon in allen damals kursierenden Textfassungen gefehlt? Oder hat Hieronymus selbst wesentliche Streichungen vorgenommen? Vielleicht hat Hieronymus aber auch nur die Feinarbeit gemacht, zum Beispiel die Widersprüche beseitigt und die Texte einander angeglichen. Und er hatte nicht die Autorität, weggelassene Teile wieder neu einzufügen, wie er es auch in einem Brief an den Papst Damasus andeutet. Denn lange bevor er seine Arbeit aufnahm, waren die wichtigen Schriften des Alten, wie die vier Evangelien des Neuen Testaments, ja im Wesentlichen bereits gesammelt und ausgesucht. Und so groß dürfte die Auswahl nicht mehr gewesen sein, denn glaubt man den Quellen, dann mussten bereits um das Jahr 367 alle Schriften über Jesus verbrannt werden, bis auf die der vier bekannten Evangelisten. Denn auf dem Weg von der begünstigten Religion zur Staatsreligion wurden abweichende Meinungen vom Katholizismus mehr und mehr bekämpft. Allein der Besitz solcher Schriften wurde teilweise in den Jahren nach dem Konzil von Nicea im Jahre 325 bereits mit dem Tod bestraft. Das muss vor allem die Gemeinschaften hart getroffen haben, die eine Bibliothek mit einer Schriftensammlung aufgebaut hatten. Wer nicht alles vernichten wollte, was die Kirche nicht als Gotteswort anerkannte, musste diese Schriften verstecken. Das könnte der Grund sein für die erst 1947 gefundenen 850 Schriftrollen von Qumran am Toten Meer. Aber auch, warum ein Bauer 1945 in Nag Hammadi in der ägyptischen Wüste in einsamen Grabhöhlen einen sensationellen Fund mit über 50 Schriften entdeckte. Die Entstehung dieser Handschriften reichen, wie bei den Qumran-Rollen, bis ins erste und zweite Jahrhundert zurück. Zu den seltenen Schätzen aus Nag Hammadi, die heute im koptischen Museum von Kairo lagern, zählen vor allem auch apokryphe Schriften, das heißt verborgene nicht-biblische Evangelien, die, glaubt man den Quellen, damals wohl hätten verbrannt werden müssen. Die Texte in koptischer Sprache erzählen auch von zahlreichen Ereignissen aus dem Leben des Jesus von Nazareth. Für Hieronymus war klar, dass Jesus das Töten der Tiere zum Fleischverzehr ablehnte, aber in die Bibel kam dieses Gebot nicht hinein. Das heißt, Milliarden Tiere müssen seither diese möglicherweise bewusste Unterschlagung eines wichtigen Teils der Lehre Jesu mit ihrem Leben bezahlen. Unzählige Tiere wurden seither als seelenlos betrachtet, in dunklen Stellen dem Siegtum überlassen und getötet, und das bis heute. Besonders die christlichen Völker haben sich zu maßlosen Fleischessern entwickelt. Allein Deutschland exportiert jährlich über eine Million Tonnen Fleisch, weil deren Herstellung vom kirchlichen Glauben her gesehen als richtig eingestuft wird. Hätte Hieronymus den Mut oder die Autorität gehabt, das, was er hier von Jesus und seiner Botschaft wusste, in der Bibel unterzubringen oder dort zu belassen oder wieder einzufügen, wo es Jesus wahrscheinlich einmal gesagt hatte, wäre der Tierwelt seither unglaubliches Leid erspart geblieben. Es handelt sich hier also um ein wichtiges Thema und nicht nur um ein Randgebiet der christlichen Lehre. Aber warum, fragt man sich, wurde dieses wichtige Thema nicht in die Bibel aufgenommen? Dazu muss man wissen, dass für die damals Mächtigen die fleischlose Ernährung der Urchristen ein großer Stein des Anstoßes war. Denn die Römer waren ja bekannt für ihren üppigen Lebensstil. Der Autor Carsten Strehlow vermutet sogar, der Kirchenvater Hieronymus hätte wohl um sein Leben fürchten müssen, wenn er wahrheitsgemäß die Tierliebe Jesu bei seiner Neuübersetzung ins Lateinische in die Bibel mit aufgenommen hätte. Bereits unter Kaiser Konstantin I. wurde vegetarischen und pazifistischen Christen zur Strafe flüssiges Blei in den Hals geschüttet, heißt es. Es habe schwere innerkirchliche Parteienkämpfe um dieses Thema gegeben, da, Zitat, mehrere Kirchenväter den Vegetarismus, den Veganismus und die Alkoholabstinenz vertraten. Zitat Ende. Doch die römisch-katholische Kirche schlug schon bald einen anderen Weg ein. So lautete im zweiten Jahrhundert im Osten des Römischen Reiches zum Beispiel ein Abschnitt eines Glaubens Bekenntnisses, das neue Mitglieder zum Eintritt in die Kirche sprechen mussten folgendermaßen. Ich verfluche die Nazarener, die Sturen, die verneinen, dass das Opfergesetz von Moses gegeben wurde, die sich des Essens lebender Kreaturen enthalten und die nie Opfer darbieten. Diese Verfluchung richtete sich also gegen die direkten Nachfolger Jesu, die das Töten von Tieren ablehnten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die wahren Nachfolger Jesu laut diesem Zitat nicht glaubten, dass die seitenlangen Opfergesetze und Opferanweisungen im Alten Testament tatsächlich vom Gottespropheten Mose stammten, sie wussten offensichtlich, dass diese Vorschriften nicht göttlichen Ursprungs, sondern Fälschungen waren und ein anderer wichtiger Punkt ergibt sich daraus ebenfalls. Um Kirchen Mitglied werden zu können, mussten demnach die wahren Nachfolger Jesu verflucht werden, die keine Tiere aßen, also laut diesem Dokument aus dem 2. Jahrhundert eindeutig Vegetarier waren. Aber es kam noch drastischer. Priester, die Vegetarier waren, wurden bereits zur Zeit von Hieronymus sogar aus dem Dienst entfernt, wie ein Dekret auf dem Konzil von Anküra im Jahr 314 aufzeigt. Darin heißt es, dass die, die in der Geistlichkeit Priester und Diakone waren und sich des Fleisches enthielten, es kosten sollten und so, wenn sie wollten, sich selbst besiegten. Wenn sie aber Abscheu zeigten, nicht einmal das mit Fleisch vermischte Gemüse zu essen, sie aus dem Amte zu entfernen seien. Hier sehen wir auch, in welch prekärer Lage sich der Asket Hieronymus befand, der laut Überlieferung selber Vegetarier gewesen sein soll. Auch auf der Synode von Toledo im Jahre 447, die unter dem heiligen Papst Leo dem Großen stattfand, wurde eine Verfluchung gegen die Vegetarier ausgesprochen. Jetzt wurden nicht nur die sich vegetarisch ernährenden Priester suspendiert, sondern jetzt wurden gar alle Vegetarier verflucht. Die Synode galt im Grunde der Niederwerfung und Verfolgung der Anhänger des Priszilian, der von der Kirche im Jahr 385 in Trier lebendig verbrannt wurde. Ein Zitat aus dem offiziellen Synodendokument lautet Wer sagt oder glaubt, man müsse sich vom Fleisch der Vögel oder des Viehs, das zur Speise gegeben ist, nicht nur um der Züchtigung des Leibes willen enthalten, sondern es verabscheuen, der sei mit dem Anathema belegt. Auf unsere heutige Zeit bezogen könnte man sagen, wer nicht nur aus gesundheitlichen Gründen und um der kirchlichen Fastenfrömmigkeit willen auf Fleisch verzichtet, sondern den Mord an den Tieren verabscheut, der müsse für alle Ewigkeiten ins Höllenfeuer. Papst Johannes III., der von 561 bis 574 auf dem Stuhl Petri saß, setzte diese Tradition fort. Der Papst verkündete ein Anathema, also eine Verfluchung auf der bekannten ersten Synode von Braga in Portugal im Jahr 561 im Kanon Nummer 14. Dort steht, Zitat, wenn jemand Fleisch speisen, die Gott den Menschen zum Genuss gegeben hat, für unrein hält und sich ihrer so enthält, dass er nicht einmal von Gemüse, das mit Fleisch gekocht wurde, kostet, der sei mit dem Bannfluch belegt. Nebenbei, diese Bannflüche gegen die Vegetarier durch den Papst wurden nie aufgehoben und gelten bis heute. Durch diesen Bannfluch versuchte der Papst, Christen, wie zum Beispiel die Manikäer, über ihre Art der Ernährung auszuforschen und zu verfolgen. Denn von den Manikäern war bekannt, dass sie wie die Urchristen Vegetarier waren und nicht den Lehren der katholischen Kirche, sondern nur den Lehren Christi folgen wollten. Die Urchristen aßen also in der Regel kein Fleisch, die Katholiken allerdings schon. Sogar noch Jahrhunderte später, bei der Verfolgung der Glaubensgemeinschaft der Valdenser, mussten reumütige Rückkehrer zur katholischen Kirche ein Glaubensbekenntnis ablegen, in dem es unter anderem hieß, Zitat, den Genuss von Fleisch missbilligen wir nicht im Geringsten. Wurde dieses Bekenntnis nicht abgelegt, wurden sie weiter verfolgt. Die Unterschiede der Lehre Jesu im Urchristentum zur unter Kaiser Konstantin entstandenen katholischen Staatsreligion könnten größer nicht sein. Betrachten wir als weiteres Beispiel die Relativierung des Gebotes Du sollst nicht töten. Soldaten wurden nicht in die ersten urchristlichen Gemeinden aufgenommen. Bei den Katholiken war es umgekehrt. Dort wurde nicht aufgenommen, wer den Kriegsdienst verweigerte. Auch Jäger wurden nicht in die urchristlichen Gemeinden aufgenommen. Bei den Katholiken gehört die Jagd jedoch bis heute zum guten Ton. Gerade in unserer Zeit erwacht bei immer mehr Menschen, vor allem in der jungen Generation, ein zunehmendes Verantwortungsbewusstsein für die Natur und die Tiere. Und so spielen auch bei der Ernährung ethische Gesichtspunkte heute eine immer größere Rolle. Und was vor wenigen Jahren noch kaum denkbar war, vegetarische Restaurants sprießen wie Pilze aus dem Boden und jeden Monat erscheint ein neues veganes Kochbuch auf dem Markt. So wird auch immer öfter die Frage diskutiert, ob man Tiere überhaupt töten darf und was die Bibel dazu sagt. Immer mehr Menschen fragen sich, was hat Jesus damals wirklich gelehrt und wie lebten die ersten Urchristen wirklich? Wer hat aber dann später seine Botschaft verfälscht und warum? Was die Kirche offensichtlich verschweigen möchte, was aber beim Durchforsten der vielen Briefe des Hieronymus klar hervorgeht, ist, dass ihm für seine Arbeit auch eine ursprüngliche Fassung des Matthäus Evangeliums vorlag, das im Besitz der damaligen urchristlichen Gemeinde war und das nicht dem Matthäus Evangelium entspricht, das in die Bibel aufgenommen wurde. Was bedeutet, Hieronymus hatte nicht nur Zugriff auf die vielen Schriften, die Generationen nach Jesus geschrieben und verändert wurden, sondern auch auf ein Ur-Evangelium, das der Apostel Matthäus selber geschrieben hatte und somit auf unverfälschte Aussagen des Jesus von Nazareth. Hieronymus wies in mehreren seiner Schriften darauf hin, dass er dieses Ur-Evangelium übersetzte. Zitat Matthäus hat als erster in Judäa das Evangelium von Christus in hebräischer Schrift und Sprache abgefasst. Auch haben mir die Nazaräer in Borea einer syrischen Stadt, die dieses Buch besitzen, es mir erlaubt, es abzuschreiben. In der Bibliothek des Klosters Einsiedeln in der Schweiz wird eine Handschrift dieses Briefes aufbewahrt. Fünf Jahre später schrieb Hieronymus, dass dieses Evangelium von den meisten als das authentische Evangelium des Matthäus bezeichnet wurde. Selbst bei seinem berühmt gewordenen Brief an Papst Damasus, in dem er sich beklagte, dass in den vielen Schriften, die ihm vorlagen, kaum die Wahrheit zu finden sei, wenn doch alles voneinander abweiche, wies Hieronymus nochmals auf die Existenz dieses ursprünglichen Matthäus Evangeliums hin. Es ist merkwürdig, dass dieser Abschnitt in theologischen Büchern gerne weggelassen wird. Hieronymus schrieb, Ich spreche nun vom Neuen Testament, das es ursprünglich in Griechisch abgefasst ist, unterliegt keinem Zweifel, mit Ausnahme des Werkes des Apostels Matthäus, der sich als erster an die Abfassung des Evangeliums Christi wagte und es in Judäa in hebräischen Lettern herausbrachte. So wie wir es in unserer Sprache vorliegen haben, weist es unübersehbare Unstimmigkeiten auf? Weist hier Hieronymus mit dem Wort unübersehbare Unstimmigkeiten darauf hin, dass dieses Evangelium auch andere Inhalte hat, als die anderen Schriften, die jüngeren Datums waren? Ginge es nur um kleine Abweichungen, würde er dann von unübersehbare Unstimmigkeiten sprechen? In einem Brief, über dessen Verfasserschaft es unterschiedliche Aussagen gibt, heißt es außerdem, Die Kirche wollte die Worte dieses Ur-Evangeliums nicht hören. Es traf zu, dass dieses Buch, so der Wortlaut dieses Briefes, auf einer Synode vorgelegt wurde, worauf zu hören, die Ohren der Kirche sich schicklich weigerten. Dieses Ur-Matthäus-Evangelium wurde also nicht in die Bibel aufgenommen, obwohl es, wie es aussieht, die authentischste Schrift war, die Hieronymus ins Lateinische übersetzte. Wusste Hieronymus deshalb mehr, sodass er in seinem Brief schreiben konnte, Jesus Christus hat das Ende wieder mit dem Anfang verknüpft, sodass es uns jetzt nicht mehr erlaubt ist, Tierfleisch zu essen. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass der anerkannte Bibelwissenschaftler des vierten Jahrhunderts, Origenes, laut einer Bemerkung von Hieronymus, selbst dieses Ur-Matthäus-Evangelium häufig benutzt hat. Und von Origenes weiß man wiederum, dass er zum Beispiel auch an die Existenz der Seele schon vor der Geburt, die sogenannte Vorexistenz, glaubte. Man kann daher annehmen, dass er in diesem Buch, dem Ur-Matthäus-Evangelium, das er so häufig benutzt hat, somit keinen Widerspruch zur Lehre von der Vorexistenz der Seele fand, wenn es nicht sogar die Quelle seines Wissens war. Das würde nahelegen, dass dieses Evangelium also auch die Lehre der Reinkarnation und somit der Vorexistenz der Seele enthielt. Es gibt Stimmen, die behaupten, Einsicht in dieses ursprüngliche Evangelium, das angeblich bis heute im Geheimarchiv des Vatikans oder wie es vom Vatikan selber genannt wird, im Archivum Sekretum Vatikanum aufbewahrt oder besser versteckt wird, bekommen zu haben und genau diese strittigen und wichtigen Themen darin gefunden zu haben. Ein deutscher Professor soll bereits nach dem Studium einiger Seiten ausgerufen haben, das kann doch nicht sein. Was ihn so in Aufregung versetzte, waren, wie er später erzählte, zum Beispiel die verblüffende Nähe der Lehre von Jesus zur Lehre Buddhas. Und er erwähnte als Beispiel die Themen fleischlose Ernährung und Wiedergeburt. Das heißt, für einen Katholiken, der nichts über das wahre Urchristentum weiß, sondern nur die Bibel des Hieronymus kennt, erscheinen diese Berichte über Jesus vergleichbar mit der buddhistischen Lehre. Vielleicht können wir nun ahnen, warum dieses Evangelium zu hören, die Ohren der Kirche sich schicklich weigerten. Und warum es nicht in die Bibel aufgenommen wurde. Nur einige wenige Sätze aus diesem Evangelium sind bis heute überliefert, das Hieronymus auch das Evangelium der Apostel nannte. Und manches spricht dafür, dass es identisch ist mit dem Ebionäer Evangelium, dem Nazareer Evangelium oder dem sogenannten Hebräer Evangelium. Hier einige der wenigen überlieferten Zitate. Jesus Ich bin gekommen, die Opfer abzuschaffen, und wenn ihr nicht ablasst, zu opfern, wird der Zorn von euch nicht ablassen. Und weiter ein Zitat von einem Jünger Wo willst du, gemeint ist Jesus, dass wir dir das Passamahl zurichten? Antwort Jesus Begehre ich etwa in diesem Passa Fleisch mit euch zu essen? So stellt sich die Frage, welche Wahrheiten sollten den Menschen womöglich bewusst verschwiegen werden? Auch Johannes der Täufer ernährte sich gemäß dieses Evangeliums von Ölkuchen und nicht von Heuschrecken, wie es in der heutigen Fassung der Bibel heißt. Gemäß dem Ur-Matthäus-Evangelium sagte Jesus zu einem reichen jungen Mann und die Stelle ist überliefert bei Origenes, wie kannst du sagen, Gesetz und Propheten habe ich erfüllt? Steht doch im Gesetz geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und siehe, viele deiner Brüder, Söhne Abrahams, starren vor Schmutz und sterben vor Hunger und dein Haus ist voll von vielen Gütern und gar nichts kommt aus ihm heraus zu ihnen. Im heutigen Matthäus-Evangelium der Bibel fehlt diese Passage jedoch ganz. Die Vermutung drängt sich auf, dass dies kein Zufall ist. Denn auch der Petersdom und die Schatzkammern des Vatikans sind bekanntlich voller Güter und Gold und hinzu kommen Wertpapiere und gefüllte Konten und eine eigene Bank. Und kein Papst gibt bis heute von seinem unermesslichen Reichtum etwas heraus. Nur die Spendengelder der Gläubigen werden in der Regel verteilt. Dabei sterben täglich Menschen an Unterernährung und Hunger. In unserer Zeit sind es über 30.000 Menschen täglich. Und die Situation, die Jesus im Ur-Matthäus-Evangelium beschrieb, hat sich seither dramatisch weiter verschlechtert. Sie sterben vor Hunger. Was Jesus hier zu dem reichen jungen Mann sagte, ist zwar eine Mahnung an alle wohlhabenden und reichen Menschen, doch passt diese Stelle in auffallender Weise nicht gerade auch zum Vatikan und der Kirche? Und so ist es naheliegend, dass es schon damals, also zur Zeit von Hieronymus, im Interesse der zur Staatsreligion aufstrebenden katholischen Kirche war, dass solche deutlichen Passagen aus den Jesusberichten entfernt wurden. Erhalten geblieben sind jedoch auch in der heutigen Bibel viele für eine positive Bewältigung des Erdenlebens notwendige Passagen, wie die Zehn Gebote oder die Bergpredigt des Jesus von Nazareth, wonach es einzig nur auf das Tun seiner Lehre im täglichen Leben ankommt. Wer mit Herz und Verstand die Bibel liest, wird die noch vorhandenen Wahrheiten erkennen und bei den Widersprüchen eventuell auch ein Gespür für mögliche kirchliche Manipulationen bekommen und daraus seine persönlichen Einschlüsse und Konsequenzen ziehen. Es gibt allerdings auch Teile im Neuen Testament, die den Lehren Jesu deutlich widersprechen, wie zum Beispiel einige Passagen der Petrus- und Paulus- Briefe, von denen übrigens heute mehrere von den meisten kirchlichen Theologen als Fälschungen eingestuft wurden. Die Kirchen betrachten trotzdem zum Beispiel den zweiten Petrus- Brief weiterhin als Teil der Bibel und als Gottes Wort, obwohl ihre Theologen nicht glauben, dass Petrus ihn geschrieben hat und darin eine regelrechte Hetze gegen Andersgläubige niedergeschrieben ist. Zitat Sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von der Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie sind schandbare Schmutzflecken. Seltsamerweise griffen später die Romkirche und auch Luther gerade solche und ähnliche Passagen auf, die in Wahrheit Fälschungen der in Anführungszeichen christlichen Lehre sind, um Andersgläubige zu verfolgen, zu foltern und zu töten, um damit ihre Macht weiter zu festigen. Zum Beispiel ist bei Paulus, wie auch später bei Luther, angeblich bereits der bloße Glaube für den Menschen entscheidend, nicht die Tat. Im Römerbrief zum Beispiel lehrte Paulus, Zitat, So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben. Und Luther fälschte später in seiner Übersetzung noch das Wort allein hinzu, also allein durch den Glauben. Dies war natürlich eine angenehme Botschaft für das Volk. Mit der Lehre des Jesus von Nazareth jedoch hat sie nichts mehr zu tun, denn Jesus lehrte das Halten der Zehn Gebote und der Berg Predigt und sagte Tu das, so wirst du leben. Ein anderer wichtiger Punkt bei Paulus ist die Abwertung der Frau. Wie in seiner römischen Umwelt traditionell üblich, wertete Paulus im ersten Korinther Brief die Frau ab, obwohl sie bei Jesus als gleichwertig geachtet war. Also auch hier eine grobe und äußerst folgenschwere Fälschung der Lehre Jesu. Paulus passte das Christentum der Staatsordnung des Imperium Romanum an, indem er erklärte, dass der Christ der Obrigkeit dieser Welt gehorchen müsse, da diese von Gott eingesetzt, angeordnet und Gottes Dienerin sei, die mit dem Schwert auch ein gerechtes Strafgericht vollziehe. Hier nahm er also klar auch für die Todesstrafe Stellung. Jesus von seine Apostel lehrten solches nicht. Durch seine Anpassung an das römische System billigte Paulus in seinem Brief an Philemon mehr oder weniger auch die Sklaverei und in der Konsequenz seiner Staatslehre wohl auch den Kriegsdienst. Die Kirche hat ihn jedenfalls so verstanden. Was das Essen von Tieren anbelangt, gab Paulus in einem seiner Briefe den Hinweis, Zitat, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forschet nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Hätte Jesus solche Worte gesagt? Ganz sicher nicht. Auch wenn Paulus in späterer Zeit seine Fehler erkannte, reiften die falschen Samen, die er gesät hatte, an zahlreichen Orten des Römischen Reiches bereits zur Institution Kirche heran. Denn die Kirche erklärte alle seine Schriften pauschal und ohne Ausnahme zum reinen und unverfälschten Wort Gottes. Obwohl Paulus doch nur ein Mensch war und, wie wir gesehen haben, der Lehre Jesu oft widersprach. Dabei ist auch nicht auszuschließen, dass man dem gefeierten Apostel manches nur unterschob und seine Korrekturen bewusst ignorierte. Die meisten Religionswissenschaftler sind, wie bereits erwähnt, heute davon überzeugt, dass einige Paulusbriefe in der Bibel gar nicht von Paulus selbst, sondern von seinen Schülern geschrieben worden sind. Doch wenn die Kirche, die von ihr selbst als solcher anerkannten Paulusbriefe wirklich ernst nehmen würde, müsste sie sich dann nicht trotzdem in vielen Dingen anders verhalten, als es ihrer Lehre bis heute entspricht, zum Beispiel im Hinblick auf die Achtung der Tiere. Im Römerbrief schreibt Paulus nämlich auch, es ist gut, nicht Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch sonst etwas zu tun, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Nach dieser Aussage des Paulus wäre es also für die Christen geboten, kein Fleisch zu essen. Denn heute nimmt nicht nur ein Bruder daran Anstoß, sondern Tausende. Die ganze praktische Konsequenz daraus, wenn dies auch tatsächlich befolgt würde, wäre nämlich, dass kein Mensch auch in der Dritten Welt hungern oder sogar verhungern müsste. So aber werden mit großen Teilen der Ernten auch aus der Dritten Welt nur Tiere für den Fleischkonsum der Reichen gemästet und die Nahrung den verhungernden Menschen vorenthalten. Kommen wir an dieser Stelle noch einmal zurück zu der grundsätzlichen Frage, ist die Bibel gefälscht? Und betrachten wir das Alte Testament. Was die widersprüchlichen Inhalte der Bücher Mose betrifft, so ist es offensichtlich, dass auch Mose kapitelweise gefälschtes in den Mund gelegt wurde, das heute trotzdem als Gottes Wort ausgegeben wird. Denken wir nur an das Speisegebot im ersten Buch Mose. Demnach gab Gott den Menschen am Anfang das folgende Gebot, was sie essen sollten. Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Nach der Sintflut soll Gott, nach Aussage der Bibel, nun aber plötzlich ganz anders zu den Menschen gesprochen haben. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Seltsam. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel bietet Gott alle Pflanzen mit Samen, also alle Getreidearten und alle Bäume mit Früchten als Speise für den Menschen an und im selben Buch in Kapitel 9 sollen die Menschen dann aber alles essen, Zitat was sich regt und lebt. Es gibt für diesen eindeutigen Widerspruch nur eine plausible Erklärung. Wie in den meisten großen Religionen haben offensichtlich die Priester und Schriftgelehrten der damaligen Zeit auch die Bücher Mose nach ihren Vorstellungen und zu ihrem Vorteil gefälscht und verändert. Hierzu zählen zum Beispiel auch die zahlreichen Tieropfer Vorschriften, die angeblich Gott seinem Propheten Mose gegeben haben soll. Gott selber wurden damit wahrhaft grausige Anweisungen in den Mund gelegt, dass beispielsweise bei allen Festen Tiere geschlachtet und verbrannt werden müssten, oft mit dem makaberen Beisatz zum lieblichen Duft für den Herrn. Licht ins Dunkel, warum in der Bibel seitenweise solche grausamen Opfergebote stehen, die mit dem Gott der Liebe und seinen Geboten vollkommen unvereinbar sind, könnte folgendes Zitat aus der Antike von Clemens von Alexandria bringen. Die blutigen Opfer aber, glaube ich, wurden nur von den Menschen erfunden, welche einen Vorwand suchten, um Fleisch zu essen. Tatsächlich wurde in einigen großen Religionen der Opferkult von der Priesterkaste eingeführt, um über diesen Umweg an angeblich geheiligtes Fleisch zu kommen, zu Obwohl dies klar untersagt war. Vielleicht hält es jemand für eine gewagte, aber unbewiesene Behauptung zu sagen, die Bibel sei da und dort gefälscht worden. Doch lesen wir die Bibel genau, so stellen wir fest, dass niemand geringerer als Gott selbst durch seine Propheten diese strittigen Passagen klar als Fälschungen aufdeckte. Denn durch die großen jüdischen Gottespropheten wie Jeremia entlarvt der Gottesgeist diese Anweisungen sogar selbst als eine Bibelfälschung der Priester. Zum Beispiel wenn er durch seinen Propheten Jeremia spricht Ich aber habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägypten Land führte, nichts gesagt noch geboten von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern dies habe ich ihnen geboten. Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Also ein eindeutiger und eklatanter Widerspruch zu den Mosebüchern, wie sie uns heute vorliegen. Beim Auszug aus der ägyptischen Gefangenschaft habe Gott angeblich geboten, je ein Lamm für ein Haus zu schlachten, was später jährlich wiederholt werden musste. Auch für den Alltag haben die Priester verschiedene solcher Opfervorschriften geschaffen und mit vielen Details versehen, die allesamt Gott bzw. Mose untergeschoben wurden. So soll zum Beispiel nach dem dritten Buch Mose Absatz 1 Vers 11 bis 12 der Priester den Stier Abhäuten und ihn in Stücke zerlegen. Sein Fell und seinen Magen Inhalt soll er aus dem Lager hinaus an den Abfallplatz schaffen. Von der Ziege soll er den Kopf auf das Holz über dem Altar Feuer legen und laut Vers 15 bis 17 soll der Priester der Taube ihren Kopf abtrennen, ihren Kopf mit den Federn entfernen und ihr die Flügel einreißen, ohne sie gegen die Altarwand ausgepresst werden. Und es gibt noch viele Stellen mehr dieser oder ähnlicher Art. Aber eben um diese angeblichen Opfer Vorschriften als Fälschungen aufzudecken, klärte Gott das Volk immer wieder durch seine Propheten auf und wies auf sein Gebot der Liebe hin, das allein von den Menschen zu befolgen ist. Durch das prophetische Wort von Jeremia wurde das Schlachten von Lämmern zum Passafest von Gott eindeutig abgelehnt, wie wir bereits hörten. Und auch durch den Propheten Jesaja sprach Gott unumwunden, Zitat, Ich habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, Lämmer und Böcke, das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Und durch den Propheten Hosea sagte er, Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Auch durch den Propheten Amos sprach Gott, Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Die Widersprüche zu den Opfervorschriften in den Mosebüchern könnten stärker nicht sein. Wer mag hier noch sagen, die Bibel sei nicht gefälscht, wenn Gott selbst diese Fälschung so drastisch aufdeckt. Und es ist gut, dass diese Prophetenworte in der Bibel erhalten geblieben sind. So kann jeder Mann, der die Bibel mit etwas kritischem Abstand, aber auch mit Herz liest, darin bis heute ohne viel Aufwand diese Widersprüche selbst herausfinden und erkennen, dass nur ein Teil die Wahrheit ist, das andere aber Fälschung. Doch es gibt noch weitere ganz offensichtliche und gravierende Widersprüche. Auch Menschen sollen nämlich laut Bibel angeblich im Auftrag Gottes getötet werden. Und das, obwohl doch Gott selbst durch Mose das Gebot Du sollst nicht töten gegeben hat. Zwei Beispiele aus dem fünften beziehungsweise vierten Buch Mose, die diesem Gebot eindeutig widersprechen. Zitat Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen mit Blut von Erschlagenen und Gefangenen von den Köpfen streitbarer Feinde. Oder Zitat Und sie zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose geboten hatte und töteten alles, was männlich war. Und Mose wurde zornig über die Hauptleute des Heeres und sprach zu ihnen, Warum habt ihr alle Frauen leben lassen? So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind. Aber alle Mädchen, die unberührt sind, die lasst für euch leben. Zusätzlich gilt für verschiedene Verfehlungen die Todesstrafe. Viel sagend ist dabei die Todesstrafe auch bei Ungehorsam gegenüber dem Priester. Dies gibt uns heute einen Hinweis auf die wahren Urheber dieser Gesetze. Ganz anders sprachen jedoch die großen Gottespropheten wie Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Amos, Hosea, Daniel und viele mehr. Sie stellten immer wieder klar, was Gott wirklich will, was jedermann im Alten Testament der Bibel bis heute in gleicher Weise nachlesen kann. Die Propheten mahnten, ohne Ansehen der Person, also auch Könige und Reiche, wenn Gottes Gebote missachtet wurden. Sie gaben Kund, welche Folgen es für die Menschen haben könnte, wenn sie weiterhin gegen die Zehn Gebote Gottes handeln würden. Sie klärten die Menschen aber auch immer wieder über den Weg zu einem Leben nach den Geboten Gottes auf und gaben Kund, wie sich das Leben hin zum Positiven verändern kann, wenn sich die Menschen daran halten. Denken wir nur an die großartigen Visionen Jesajas über eine künftige Zeit, wenn der Mensch nicht mehr Krieg gegen seines gleichen, gegen die Natur und gegen die Tiere führt. Eine Vision, die bis heute unser Innerstes berührt und uns hoffen lässt. Zitat Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Kalb und Löwen Junges wachsen miteinander auf, ein kleiner Junge hütet sie, Kuh und Bären teilen eine Weide und ihre Jungen legen sich zusammen hin und der Löwe ist Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange, in die Höhle der Otter steckt das Kleinkind die Hand. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun, niemand Schaden an. Immer wieder versuchte Gott also durch die Propheten die Menschen zu einem besseren Leben zu bewegen und er lud sie ein, sich in ihrem Inneren ihm zuzuwenden und seine Gebote zu halten, damit es ihnen gut ergehe. Doch leider musste er durch die Propheten auch immer wieder das unethische und unmoralische Verhalten der Menschen anprangern, das ihrem Egoismus entspringt und auf die Folgen daraus hinweisen. So erklärte der Gottesgeist durch die Propheten auch das Gesetz von Ursache und Wirkung, das heißt, warum den Menschen Ungemach in Wirklichkeit zustößt, zum Beispiel durch den Propheten Jeremia, der zu Gott mit den Worten betet, Deine Augen stehen offen über allen Wegen der Menschenkinder, einem jeden zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht seines Tuns. Wobei zu ergänzen ist, dass es für Jeremia keinen strafenden Gott gibt, sondern sich jeder Mensch nach dem Gesetz von Saat und Ernte immer selbst richtet. Die Lehre vom strafenden Gott, sofern sie auch in den Propheten büchern immer wieder vorkommt, wurde in diese durch die Priester mit eingefügt. Es ist also auch hier wieder die Handschrift der Priester, welche die biblische Überlieferung an verschiedenen Stellen in ihrem Sinne fälschten. So könnte man zusammenfassen, sowohl innerhalb des Alten Testaments als auch innerhalb des Neuen Testaments gibt es viele Texte, die einander widersprechen. Dass diese Tatsache aber ganz offensichtlich nur auf Fälschung und Betrug zurückgehen kann, ergibt sich aus verschiedenen Hinweisen aus der Bibel selbst. So steht beim Propheten Malachi das einleuchtende und eindeutige Gotteswort Ich, der Herr, ändere mich nicht. Wenn Gott also, wie der Prophet sprach, nicht immer wieder seine Meinung geändert hat, dann ergibt sich daraus die einfache Schlussfolgerung, man hat Gott viele grausame und widersprüchliche Dinge nur unterschoben und unterstellt. Und wer hat das getan? Auch hier ist die Antwort naheliegend. Die Theologen und Schriftgelehrten zu allen Zeiten. Dies bestätigen einmal mehr auch aktuelle archäologische Untersuchungen und Handschriften Funde. Zu lesen ist im Magazin der Spiegel in der Ausgabe vom 7. 4. 2012 wie die Priesterschaft an der Überlieferung über das Heiligtum in Jerusalem lange herumschrieb. Hier seien Abschnitte entfernt und neue eingefügt worden, um die Zentralisierung des Kults in Jerusalem zu legitimieren. Von einer Bibelfälschung mag der Alttestamentler Stefan Schorch jedoch in diesem Artikel nicht sprechen. Lieber von Zitat Anpassung der Bibel an die eigene religiöse Sicht. Dies alles ist im Neuen Testament im Prinzip nicht anders. Und die Priester und Theologen der Kirche und auch Martin Luther haben sich natürlich aus dem Alten Testament genau jene Anpassungen und Fälschungen herausgegriffen, die ihnen für ihre Machtpolitik dienlich waren. Zum Beispiel die Todesstrafe für Andersgläubige oder die Erlaubnis zum Krieg. Und so heißt es auch im katholischen Katechismus Das Alte Testament bereitet das Neue vor, während dieses das Alte vollendet. Beide erhellen einander, beide sind wahres Wort Gottes. Und das Neue Testament hat in der Tat das Alte in seinen verhängnisvollen Folgen übertroffen. So schrieb der bekannte Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner in seinem Buch Die beleidigte Kirche Nach intensiver Beschäftigung mit der Geschichte des Christentums kenne ich in Antike, Mittelalter und Neuzeit einschließlich und besonders des 20. Jahrhunderts keine Organisation der Welt, die zugleich so lange, so fortgesetzt und so scheußlich mit Verbrechen belastet ist, wie die christliche Kirche. Ganz besonders die römisch-katholische Kirche. Wobei man hinzufügen muss, die Kirche hat sich zwar immer auf ihre Bibel berufen, aber mit Christus und mit christlich hat das alles, was jeder leicht erkennen kann, nichts zu tun. Noch Ende des 20. Jahrhunderts verteidigte ein Politiker im ehemaligen Jugoslawien den Völkermord in seinem Land und auch er berief sich dabei auf die Bibel. Ein anderes Beispiel aus unserer Zeit. Die streng geheimen Lageberichte des Irakkriegs für den früheren US-Präsidenten Bush wurden mit Bibelzitaten des Neuen und Alten Testaments versehen. Zur Erinnerung, im Verlaufe dieses Angriffskrieges der USA, der erwiesenermaßen durch Lügen begründet wurde, wurden in kurzer Zeit weit über eine halbe Million Iraker getötet. Männer und Frauen, Alte und Kinder. Mit der Bibel Krieg und Gewalt zu rechtfertigen ist also nicht neu. Wir erinnern dazu nochmals an Martin Luther. Die in Deutschland bekannteste Bibelübersetzung aus dem Griechischen und Hebräischen geht auf ihn zurück und auch er fälschte die Bibel. Allein durch die Veränderung eines einzigen Wortes verkehrte er die Lehre Jesu in ihr Gegenteil. So sagte Jesus, Alle die zum Schwert greifen werden durch das Schwert umkommen. Jesus erklärte auf diese Weise das Gesetz von Saat und Ernte, welches lautet, was der Mensch sät, das wird er ernten. Martin Luther verwendete nun aber statt des Wortes werden das Wort sollen. Eine falsche Übersetzung, sodass der Satz von Jesus nach Luther nun so lautet, Und das diente Luther dann als die angebliche Bestätigung der Todesstrafe durch Jesus, so wie sie schon von den Priestern im Alten Testament gefordert wurde. Doch Jesus lehrt keine Todesstrafe. Im Gegenteil. Eine Ehebrecherin bewahrte er davor und für seine eigenen Mörder betete er, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Martin Luther fälschte auch einen Hinweis auf die Reinkarnation, der in der Bibel bis heute noch vorhanden ist. Im Jakobusbrief der Bibel wird davor gewarnt, dass unsere Zunge das Rat der Geburt in Brand setzen kann. Diese Stelle lässt sich so deuten. Schlimme Worte können demnach einen Brand bewirken, welcher das Wieder Geburtsrat für die Betroffenen erneut in Bewegung setzt. Der Begriff Rat der Geburt ist in östlichen Ländern ein gebräuchlicher Begriff für Wiedergeburt und er war es wohl auch im Nahen Osten. Bei bildlicher Darstellung befindet sich meist im Radkranz eine zwölfteilige bildliche Darstellung der Kette des Kreislaufes der Wiedergeburt. Martin Luther übersetzte nun das griechische Wort für Rat der Geburt Trochos des Genesios überhaupt nicht und fügte an dieser Bibelstelle stattdessen drei ganz andere Wörter ein, die er sich lediglich ausgedacht hatte, nämlich die Formulierung die ganze Welt. Die Zunge könne nach Luther also die ganze Welt in Brand setzen. Luther hatte es in seiner Übersetzung dazu lediglich erfunden, offensichtlich um einen Hinweis auf die Reinkarnation zu vernichten. Auch in der evangelisch-katholischen Einheitsübersetzung der Kirchen wurde, was fast schon zu vermuten war, der Begriff Rat der Geburt verfälscht und dieser Hinweis auf die Reinkarnation getilgt, nur nicht ganz so plump wie bei Luther. Man wählte statt dem Begriff Rat der Geburt die verschleiernde Formulierung Umkreis des Werden, und da kann nun jeder Bibelleser wieder sein eigenes Gutdünken hinein interpretieren. Viele Menschen glauben deshalb zu Unrecht, das Wissen vom Rat der Geburt sei nicht biblisch-christlich, sondern aus östlichen Religionen übernommen. Fälschungen gibt es auch zum Thema Krieg und Frieden. Zu allen Zeiten hatte die jeweilige Priesterkaste auch Krieg grundsätzlich befürwortet. Heute wird in der Regel ein sogenannter Verteidigungskrieg von kirchlicher Seite gut geheißen. Beim Jugoslawienkrieg zum Beispiel erklärte Papst Johannes Paul II., Wir sind keine Pazifisten. Auch Josef Ratzinger, damals noch Kardinal und damals der zweite starke Mann neben dem Papst, betonte, dass er Pazifismus ablehne. Es wundert deshalb wenig, wenn das Gebot Du sollst nicht töten in der Bibel nach der heutigen evangelisch-katholischen Einheitsübersetzung plötzlich als ein eingeschränktes Du sollst nicht morden erscheint. Diese gravierende Veränderung des fünften Gebots in deutscher Sprache ist eine weitreichende aktuelle Bibelfälschung in heutiger Zeit. Anscheinend ist das Gebot Du sollst nicht töten in seiner ursprünglichen Bedeutung für die Planung und Durchführung diverser Kriegseinsätze heute nicht mehr zeitgemäß. Man darf also neuerdings im Einklang mit der evangelisch-katholischen Einheitsübersetzung Du sollst nicht morden unter gewissen Umständen sehr wohl töten zum Beispiel bei sogenannten Verteidigungskriegen und bei Notwehr. In der Praxis werden allerdings sogar Angriffskriege noch als reine Verteidigungsmaßnahmen gerechtfertigt. Hier ist also für die Beteiligten meist sehr viel Spielraum. So kann auch die Kirche jetzt leichter einen Krieg unterstützen. Die entsprechende theologische Absicherung dafür ist in der Bibel heute sicher verankert. Mit Jesus von Nazareth und seiner Lehre haben solche Konstruktionen aber nichts zu tun. Er war ganz eindeutig Pazifist und lehrte und lebte die Friedfertigkeit, auch wenn heute die Kirchen es anders leben und lehren. Er hatte das Gebot Du sollst nicht töten nicht in Du sollst nicht morden abgeschwächt. Ganz im Gegenteil. Er lehrte bereits wer gegen seinen Bruder zürnt verstößt gegen das fünfte Gebot. Denn Jesus ging der Sünder an die Wurzel und er lehrte klar das Töten beginnt bereits mit dem Zorn und der Wut auf den Nächsten Weshalb er positiv dagegen hielt Versöhne dich mit deinem Bruder Vertrage dich mit ihm Liebet eure Feinde Segnet die euch fluchen Tut wohl denen die euch hassen Das Gebot Du sollst nicht töten hat allerdings auch Bedeutung für das Tierreich Beim Propheten Jesaja findet man zum Beispiel eine Textstelle die das Töten oder gar Morden von Tieren mit dem Töten von Menschen vergleicht Es heißt dort in der Übersetzung von Martin Luther Wer einen Stier schlachtet gleich dem der einen Mann erschlägt Kein Wunder also dass auch dieses Wort durch die moderne kirchliche Einheits Übersetzung anders übersetzt und somit verfälscht wurde in Man opfert Rinder und erschlägt Menschen Ein Blick in den Urtext zeigt auch hier dass die Übersetzung Wer einen Stier schlachtet gleich dem der einen Mann erschlägt die Worte so gut wie im Deutschen eben möglich wieder gibt und so hat es Jesaja sicher auch gemeint andere Übersetzungen versuchen dem gegenüber offensichtlich zu verschleiern was aus ihrer Sicht nicht in das Übersetzungsergebnis passt wir sehen also durch Übersetzungen kann man den Sinn von bestimmten Sätzen völlig verändern oder so weit vernebeln dass niemand mehr versteht was gemeint ist doch kommen wir zurück zu der Frage wer hat die Bibel nun ursprünglich geschrieben dass Mose nicht die fünf Bücher Mose des Alten Testaments geschrieben hat wird mittlerweile in der Wissenschaft nicht mehr bestritten für die katholische Kirche ist es nun aber völlig überraschend gar nicht so wichtig welche Bibelschriften letztlich echt sind und welche nicht der Grund dafür der Inhalt und Umfang der Bibel ist bereits durch entsprechende Dogmen genau festgelegt Ein Beispiel Obwohl 1546 auf dem Konzil zu Trient die Verfluchung all jener beschlossen wurde die nicht glaubten dass die Bibel aus dem Munde Christi kam wurde gleichzeitig festgelegt dass die Schriften der Bibel gar nicht echt sein müssen dazu dazu die lehrentscheidungen des Konzils von Trient Zitat die kanonische Geltung eines Schriftstückes als Bestandteil des Neuen Testaments hängt nicht von dessen Echtheit ab es kann also echt sein oder gefälscht es spielt für die Kirche keine Rolle mehr es gilt trotzdem dem bräuchte man eigentlich nichts mehr hinzuzufügen außer der Frage warum distanziert sich die Kirche nicht von einer Reihe von offensichtlich unrichtigen Aussagen in der Bibel oder bezeichnet dieses Buch zumindest nicht im Gesamten als wahres Wort Gottes warum gibt sie viele Fälschungen nicht zu und verschweigt wichtige Teile der Lehre von Jesus weiterhin warum gibt sie nicht zu dass viele Dogmen überhaupt nichts mit Jesus zu tun haben vielen Menschen würde es in der Seele gut tun Gott ist kein Gott der Mord und Totschlag befiehlt er ist barmherzig er kennt keine Strafen er kennt auch keine ewige Verdammnis und keine Rache und er möchte auch nicht dass wir die Tiere zum Fleischverzehr mästen quälen und schlachten auch die Lehre des Nazareners ist einfach und logisch er lehrte einen Weg heraus aus dem bekannten Gesetz von Saat und Ernte sich erkennen die Fehler bereuen um Vergebung bitten vergeben Schaden wiedergutmachen und die Fehler nicht mehr tun Jesus hat nie gesagt dass die Menschen Kirchen aus Stein bauen sollen er wollte keine Schriftgelehrten und auch keine Priester die sich zwischen Gott und den Menschen stellen und welche die Lehre Jesu im Laufe der Zeit immer mehr verfälschten so dass die Menschen gar nicht mehr wissen was Jesus uns gelehrt hat Jesus wollte keine Zeremonien und Kulte keine in besondere Gewänder gehüllte Zeremonien Meister und keine Rituale aus alten heidnischen Völkern die nur mit einem christlichen Mäntelchen umhangen sind er wollte keine Reliquien in Altären kein Papsttum und keine selig oder heilig Sprechungen von Menschen wozu oftmals sogar Verbrecher und Übeltäter gehörten die Lehre des Nazareners ist schlicht und man findet vieles davon auch heute noch in der Bibel zum Beispiel in der Berg Predigt auch wenn die Bibel in vielen Teilen gefälscht ist manches kann man auch in sogenannten apokryphen Schriften nachlesen man nennt sie apokryph was verborgen heißt da sie nicht in den Kanon also die Sammlung der Bibel durch die Kirche aufgenommen wurden die Wahrheit lässt sich auf Dauer aber nicht unterdrücken so ist in unserer Zeit zum Beispiel die komplette Schrift das Evangelium des vollkommenen Lebens auch das Evangelium Jesu genannt wiederentdeckt worden bisher waren davon nur Bruchstücke aus alten koptischen Handschriften bekannt angesichts des großen Durcheinanders um die Bibel und angesichts der vielen Fälschungen Widersprüche und Unklarheiten in der Bibel dürfte eine unzensierte apokryphische Schrift wie das Evangelium Jesu für viele sehr willkommen sein dieses Evangelium zum Beispiel wurde in unserer Zeit durch das prophetische Wort ergänzt das zusätzlich den alten Original Text erklärt berichtigt und vertieft Dieses ausführliche Werk das auch viele bisher nicht bekannte Details der Lehre Jesus enthält ist im Internet Zeitalter jedem unter dem Stichwort das ist mein Wort oder im Buchhandel als gedruckte Ausgabe zugänglich Wir leben nun im 21. Jahrhundert in einer mächtigen Zeitenwende Fast 1700 Jahre drehte sich im Abendland alles um die Bibel und um ihre Auslegung durch die Kirche und wer daran zweifelte musste dafür nicht selten auf dem Scheiterhaufen sein Leben lassen oder ihm wird bis heute eine angeblich ewige Hölle angedroht Wer sich davon jedoch nicht mehr einschüchtern lässt und darüber hinaus blickt und sich auf die Suche macht nach dem freien Geist der Wahrheit der kann womöglich mehr finden als er heute noch ahnt So hat es in der heutigen Zeit jeder selbst in der Hand abseits aller Bibeldiskussionen abzuwägen und zu entscheiden was für ihn wahr und richtig ist Abonniert 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 Vielen Dank.